Was ist Platincoin? Hallo alle zusammen! In diesem Video beschäftigen wir uns endlich mit einer der zukunftsfähigsten Pryktowährungen. Sie heißt Platincoin. Platincoin wurde Anfang 2060 erschaffen. Ihr Hauptmerkmal besteht darin, dass neue Coins direkt in den Farmen der Benutzer gemintet oder mit anderen Worten generiert werden. Und das geschieht auf ihren Smartphones, sodass man für das Minting keine leistungsstarken Geräte oder viel Energie benötigt. Die Platincoin-Benutzer haben quasi eine Art Gelddruckmaschine auf ihrem Smartphone. Sie druckt aber keine Papier-Dollar, sondern die digitale Kryptowährung Platincoin, welche jedoch an zahlreichen Börsen und Wechselautomaten gegen Dollar oder andere Kryptowährungen eingetauscht werden können. Die gemintete Coin-Anzahl hängt davon ab, wie viele Platincoins sich in ihrer Farm befinden. Je mehr Coins sie darin haben, desto mehr neue Coins generieren sie. Abgesehen davon bietet Platincoin viele andere Tools zum Aufbau verschiedener Einnahmequellen. Je mehr Tools sie verwenden, desto schneller wächst ihr Einkommen. Was sind die Hauptvorteile von Platincoin? Niedrige Eintrittsschwelle, selbst wenn sie nur ein Coin in ihrer Farm haben, wird der Minting-Vorgang bereits aktiviert. Keine Ausrüstung erforderlich. Ihr Laptop oder Ihr Smartphone reichen vollkommen aus. Bequemes Zahlungsmittel. Die Überweisung an einen anderen Benutzer dauert etwa 2 Minuten. Die Provision beträgt nur ein halbes Prozent. Und natürlich die Möglichkeit eines guten Verdienstes und des Aufbaus eines passiven Einkommens auf der Blockchain-Technologie ohne spezielle technischen Kenntnisse, unabhängig von Alter, Ausbildung und Wohlstand. Als nächstes erzählen wir, wie viel Sie mit Platincoin verdienen können und wie Sie es richtig machen. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie das Glockensymbol an und keine neuen Folgen zu verpassen.